So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute haben wir echt eine coole Belichtung, oder nicht? Ich hoffe mal im Hintergrund, auch die Sonne scheint, Jungs. Ich hab mal hinter mir die zwei Rollos hochgemacht. Ich hab hier hier eins und ja, da hinten eins und ja, perfekte Belichtung, wie ich finde. Plus mein Keylight noch. Ja, wollte ich irgendwie gerade loswerden. Keine Ahnung, warum ich das sage. Fangen wir an mit dem Video. Let's go. Okay, und zwar haben wir heute ein Trotz-Vorbereitungsvideo, Jungs. Ich werde ein paar Fragen beantworten. Ich hab euch auf Instagram mal wieder gefragt. Habt ihr Fragen zum neuen Event, zum neuen Team of the Season Event dieses Jahr, wie man sich am besten auch vorbereiten kann? Eure Fragen werde ich dann heute hier beantworten. Ich glaube, das Event, um es hier direkt mal festzuhalten, wird gegen Ende diesem Monat starten oder halt dann Anfang Mai. Letztes Jahr ist es am 10. Mai gestartet. Ich glaube, vielleicht wegen dem Corona ganzen Sache, dass EA jetzt ordentlich viel Content hat, weil eigentlich hätte jetzt nach Food Birthday das Team of the Knockout Stage von der Champions League kommen müssen. Aber was sie jetzt da machen, um ehrlich zu sein, keine Ahnung, Jungs. Vielleicht bringen sie ein Team of the Knockout Stage Moments Event. Und könnte ich mir vorstellen, ansonsten zwei Wochen vielleicht kein Event. Und dann das Team of the Season Event. Irgendwie sowas in der Art stelle ich mir vor. Aber nun gut, danke auf jeden Fall für euren Support. Ihr könnt wie immer sehr, sehr gerne ein Like da lassen, Jungs. Lasst ein Abo da. Checkt sehr, sehr gerne MOGA ab, wenn ihr irgendwelche PSN-Karten holen wollt. Bekomme ich eine kleine Provision, würde mich sehr freuen. Und checkt meinen Partner Abo auch in der Beschreibung ab. Und auch, das habe ich jetzt neu hinzugefügt, wenn ihr Mitglied werden wollt bei mir, also VIP-Sub da lassen wollt. Werde ich euch auch mal in der Beschreibung verlinken. Kostet euch, glaube ich, 99 Cent monatlich oder 1,99 monatlich. Die nächsten Tage wird ein Turnier mit Tactics zusammenkommen, wird per Livestream geschehen. Da können auch dann VIPs oder VIPs haben dann einen Vorgang teilzunehmen. Also wenn du noch VIPs haben willst, sehr, sehr gerne in der Beschreibung verlinkt. Okay, dann haben wir genug geredet, Jungs. Recon League Rewards brauchen wir nicht drüber reden. Ganz, ganz kurz kann ich euch dazu was sagen. Player Picks waren Paul Lopez, Paul Lopez und noch irgend so ein Random. Warte, ich schaue mal kurz. Hier war Paul Lopez und wir haben Isak gezogen, richtig. Sieht sogar okay aus, war 3 Sterne. Spezialbewegung etwas belastend. 100 Carpacks, einmal 82er Nacho Fernandes und einmal 84er Gündor. Ja, und das waren dann meine Weekend League Rewards. Also haben nicht so gegönnt. Aber nun gut, ich würde sagen, wir starten direkt rein mit der ersten Frage. Und ich schaue mal kurz. Ich habe mir ein paar Screenshots gemacht. Die erste Frage kommt jetzt hier an, gerade direkt rein. Wann beginnt das Team of the Season? Ich glaube, das war die Frage, die mehrmals gestellt wurde. Wann beginnt das Team of the Season? Letztes Jahr, wie gesagt, wir können mal dafür kurz am PC gehen. Kam die Nominierung zum Community Tots Event. Da konnte man dann eine Woche voten, wer ins Community Tots rein soll. Und eine Woche später, am 10. Mai, an dem Freitag, kam dann das Community Tots mit der, ich glaube, zweiten Premier League Mannschaft. Also die zweite englische Liga, um es so zu sagen. Kam dann raus zusammen mit das Community Tots. Und ja, also letztes Jahr, um es mal zu beantworten, hat das Team of the Season Event am 10. Mai gestartet. Ich kann mir vorstellen, dazu habe ich auch schon ein Video gebracht, dass das Team of the Season Event dieses Jahr vielleicht schon Ende April kommt. Aus dem Grund, weil wir jetzt wegen der Corona-Phase alles vielleicht etwas vorschieben. Also EA vielleicht, weil jetzt eigentlich das Champions League Event kommen sollte, wie schon eben erwähnt. Was aber jetzt vielleicht gar nicht kommen kann, weil die Champions League derzeit nicht stattfindet. Und deswegen das Team of the Season Event vorgezogen wird. Es wurden ja schon mittlerweile, ich glaube, 25 Spiele oder 24 Spiele gespielt. Also eine ganze Menge und daraus könnte man dann schon ein Team of the Season Team bauen. Zweite Frage, wird es Best of Tots Player Picks in der Weekend League geben? Und ja, Bro, wird es geben und deswegen bin ich so gehypt. Ich werde euch hier nochmal einen Tipp geben von Profi-Jungs. Haltet euch ein, oder haltet euch dran, nicht haltet euch ein, haltet euch dran. Und zwar, ihr kennt hier ganz normal, EA, dankeschön, die Upgrade-Dinger hier, die Food Champions Premium 86 Plus Upgrade-Dinger. Macht sie nicht, spart eure Player Picks auf, weil hier könnt ihr dann zum Team of the Season Event auch Team of the Season Karten rausziehen. Ich habe zum Beispiel jetzt wie viele davon, wir schauen mal ganz kurz. Ich habe hier eins, zwei, ich werde sie auf jeden Fall noch nicht abgeben. Ich werde es erst öffnen, wenn das Team of the Season Event startet. Aus dem Grund, weil ich dann einfach hier aufs Team of the Season Karten ziehen kann. Also auch hier nochmal, man kann auch dann im 86 Plus Pack Team of the Season Karten ziehen. Und auch in der Weekend League, wenn ihr Elite holt, bekommt ihr kein Dreier-Inform-Set mehr, sondern ihr bekommt dann ein Dreier-Team of the Season Set von der Woche, wo ihr halt Elite Gold habt, was es denn gerade zu ziehen gibt. Zum Beispiel, es gibt gerade das Premier League Tots zu ziehen. Ihr habt Elite Gold, dann könnt ihr aus dem Dreier-Pack drei garantierte Premier League Tots Spieler ziehen. Und das ist sehr, sehr OP, Jungs, weil Elite lohnt sich dann, weil man daraus sehr, sehr viele Coins machen kann. Und wie gesagt, ich werde mir jetzt meine Picks sparen, ich habe gerade auch nicht mehr so viele, sehe ich. Und apropos Team of the Season Player Picks, Jungs, wer erinnert sich an diese legendäre Szene? Ja, Jungs, Mbappé, Team of the Season Player Pick, aber jetzt kommt jetzt direkt die nächste Frage, das wollte ich eben beides mit ins Video nehmen, Reard Flex, ich weiß. Aber, hier kommt die nächste Frage, wird es ein Best-of-Team of the Season geben? Ja, wird es geben. Und auch dazu, wenn ihr Elite holt, bekommt ihr nur Spieler vom Best-of-Team of the Season. Das kommt aber erst als allerletztes und danach ist das Team-of-the-Season-Event auch vorbei. Was ich aus diesem Best-of-Pack gezogen habe in meinen Elite-Rewards, seht ihr auch einmal jetzt, weil das war geisteskrank. Das war bis heute mein bestes Pack in ganz FIFA. Was können wir ziehen? Ich bin gespannt. Alter, bitte, 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 lieber Gold, komm. Puscht euch rein und das wird jetzt, das wird Mbappé oder, wenn sie mal... Mbappé, nein, nein, ihr zahlt's Maul, ihr zahlt's Maul, ihr zahlt die Fresse, ihr zahlt die Fresse. 3,6 Millionen, halt's Maul. Jungs, was ist los hier? 2-mal Mbappé. Ich zieh 2-mal Mbappé in einem Pack-Opening. Ich guff Torben an, Jungs. Ich hab ihn 2-mal gezogen in einem Pack-Opening. 3,6 Millionen und dahinter sind jetzt noch was. Vielleicht Harvats oder so. Okay. Warte, da kommt es, warte, ich kann nichts machen. Warte, warte, wir gehen hier rüber zur OBS, weil dann bin ich nicht so ding. Oh mein Gott! 5 Millionen Coins hab ich insgesamt mit dem Pack gemacht. Halt's Maul! Warte, stopp, chill. Jungs, es ist so verdient, es ist so verdient. Ich hab ihn auch als Player Pick gezogen. Dann wurde halt sehr, sehr oft gefragt, werden Spieler wie Messi, Ronaldo und Neymar extrem droppen? Dafür sind wir mal unter FIFA 19 Spieler gegangen und schauen uns das Ganze mal an. Wir nehmen hier einen Messi raus, einen Ronaldo und ja einen Neymar. Also diese drei Spieler wurden auch gefragt. Ich muss nur kurz einen Neymar finden. Dann schauen wir uns mal an, ob sie denn hart gedroppt sind oder sind sie überhaupt gedroppt zum Team of the Season Start? Ich kann mir davon ausgehen, ja, sind sie. Aber wie gesagt, wir schauen uns das Ganze doch mal einfach an. 10. Mai, Start von Team of the Season. Deswegen gehen wir jetzt mal hier ein bisschen zurück und müssen jetzt zum 3. Mai. Hier sehen wir, er war noch 200.000 wert am 2. Mai, wo noch keiner was vom Team of the Season Event wusste. Ankündigung kam am 3. Mai. Und seit dem 3. Mai ist er bis zum 10. allein bis zum Start, ist er wie viel gedroppt? Das sind 70.000 gedroppt, nur zur Ankündigung. Also Panik. Panik, 70.000 ist ein Neymar gedroppt. Damals war er nur wie viel wert? Damals war er sowieso nur 200.000 wert, ist dann auf 220 runtergegangen. Also im Mai war ein Neymar 200.000 wert. Und wenn wir uns dieses Jahr einen Neymar anschauen, ich glaube, der liegt immer noch bei 600.000. Also dieses Jahr halten sich die Preise auf jeden Fall viel, viel besser als letztes Jahr. Letztes Jahr, dann schauen wir uns mal ein Messi an. Gehen wir hier mal auf Messis Goldkarte, 94er. Letztes Jahr war das geile, Messi hatte halt eine MS-Karte, dieses Jahr wieder eine Flügelkarte. Auch hier gehen wir wieder hoch zum 3. Mai. Und wir sehen bei der Ankündigung 538.000 wert und bis zum Start alleine ist der 430.000 wert gewesen. Also 100.000 vom Voting bis zum Start. Es war nicht mal Lightning Rounds. Es war nur das Voting hat angefangen. Und ein Messi ist 100.000 letztes Jahr gedroppt. Ich sage nicht, dass es 1 zu 1 dieses Jahr wieder so sein wird. Aber durch die Panik sowieso auch dieses Jahr werden wieder die Karten droppen. Ich will jetzt auch nicht sagen, verkauft die Spieler jetzt alle. Aber verkauft sie, wenn ihr keinen großen Verlust machen wollt. Auf jeden Fall rechtzeitig. Sonst passiert am Ende sowas. Und ihr macht über 100k Verlust mit einer Karte. Also wir sehen, Messi ist 100k gedroppt. Nur zur Ankündigung von 535 auf 432. Also 103.000 ist Messi letztes Jahr gedroppt. Nur vom Voting bis zum Start, wie gesagt, 100.000 gedroppt. Jetzt sind wir bei einem Cristiano Ronaldo-Jungs, der letztes Jahr absolut Meta war. Also wirklich, letztes Jahr war Cristiano Ronaldo allein durch seinen Kopfwellen eine geisteskranke Karte. Er kostet jetzt immer noch 600.000. Und FIFA 19 ist schon über ein Jahr her. Hier sehen wir, vom Votingbeginn war der 1.1.7 wert, sagen wir mal, um aufzurunden. Und zum Start war er eine Million knapp nur noch wert. Also fast unter einer Mio war er. Also auch ein Ronaldos letztes Jahr 130.000 bis 125.000 Coins gedroppt. Nur von der Ankündigung bis zum Start kann dies ja wieder so sein. Sagen wir mal, heute ist ja 9. April. Ich gehe mal davon aus, die Ankündigung kommt am 24. Dass man da ab dann eine Woche voten kann. Wenn nicht, kommt die Ankündigung spätestens am 1. Mai, laut meiner Prediction. Und sagen wir mal einfach, die kommt am 24. Dann würde die Karte hier anfangen zu droppen bis zum 1. Mai, bis zum Start. Wenn es abläuft wie letztes Jahr. Es ist keine Garantie, es muss nicht sein, dass es 1 zu 1 wie letztes Jahr abläuft. Aber ich bin mir persönlich ziemlich sicher, dass alleine der Hype dann kommt, die Panik kommt und die Spieler droppen werden. Ich würde sagen, wenn ein Neymar heute 680.000 kostet, heute kommt das Voting. Also der Start vom Voting eine Woche kann es sein, dass Neymar nächste Woche dann zum Team of the Season Event nur noch 610, 605 wert wäre. Wegen der Panik halt. Also probiert auf jeden Fall bis zum Ende April vielleicht eure Metakarten erstmal zu verkaufen. Sicherheitshalber bis die Ankündigung kam. Und dann holt ihr euch eure Karten wieder. Aber ich persönlich habe sowieso ein komplett untradable Team. Kann ich euch auch mal hier im Hintergrund zeigen. Und spiele sowieso nur mit meinem untradable Team derzeit bis zum Team of the Season Event. Und werde mit den anderen Coins, die ich habe, einfach nur traden. Zum Team of the Season Event einfach geile Spieler nochmal zu kaufen, nochmal Spieler zu testen. Havertz hatten wir ja auch gestern im Video hier gezogen. Muss ich auch mal für die Weekend League jetzt testen. Wenn ich die überhaupt spiele, Jungs. Ich glaube sogar, kurz anderes Thema, ich werde die Weekend League gar nicht spielen. Weil es kommt wahrscheinlich kein Event. Das werden wir heute Abend auch nochmal im Ladescreen, also in diesem Video auch noch schauen, ob ein neues Event überhaupt kommt. Und wenn nicht, werde ich die Weekend League auch nicht spielen. Weil wir haben dann eher nichts nächste Woche zu ziehen. Wir bekommen dieses Wochenende wahrscheinlich auch nicht wieder diese Player Picks in der Wochenaufgabe. Wo man für 10, 18 oder 24-jährige Player Picks bekommt. Und deswegen würde es sich nicht lohnen, für mich dieses Wochenende die Weekend League zu spielen. Aber wie gesagt, ich schaue heute Abend, ob ein neues Event angekündigt wird. Wenn nicht, qualifiziere ich mich diese Woche nicht. Und spiele mal eine Woche nicht. Da letzte Woche ja wirklich für mich Katastrophe war. Nun gut, wir haben glaube ich erstmal genug geredet. Alles, was ihr wissen müsst. Es waren jetzt nicht viele Sachen, aber Kleinigkeiten, die sehr wichtig sind. Wie zum Beispiel mit den Player Picks. Dass ihr wisst, die Karten können droppen zum Voting-Beginn. Team of the Season Event letztes Jahr gestartet hat. Wenn ihr wollt, wir können ja heute in der Woche nochmal so ein Teil 2 bringen. Wo ich nochmal 4, 5 Fragen von euch beantworte. Sehr, sehr gerne. Wenn ihr Interesse daran habt, einfach mal ein Like da lassen, einen Kommentar schreiben. Dann werde ich nächste Woche einen zweiten Teil bringen. Wie man traden kann bis zum Event, also bis zum Team of the Season Event. Habe ich schon etliche Videos zu gemacht. UV-Video, gestern kam ja noch meine UV-Liste online. Flipping-Video. Es gibt extrem viel, Icon-Flipping gibt es auch. Also es gibt extrem viele Methoden, wie man traden kann. Alleine, man kann sich unter der Woche Team-Fitness-Karten für maximal 650 holen. Und übers Wochenende für über 1000 weghauen. Und das geht auch eigentlich jede Woche easy. Und ja, jede Woche könnt ihr damit auch sehr, sehr gut Coins machen. Also es gibt hier etliche Methoden, wie man, ja, zig von Coins machen kann. Ohne große Arbeit. Aber so viel auf jeden Fall erstmal dazu. Ich würde sagen, ich setze jetzt einen kurzen Cut. Wir sehen uns heute Abend um 19 Uhr nochmal wieder. Schauen wir denn, was für SBCs kommen. Machen vielleicht nochmal die Top-Partien zusammen zu Ende. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Für euch eine Minute, eine Sekunde. Für mich drei Stunden. Bis gleich. Für mich. Also bitte. Ich